Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen herzlich willkommen hier live bei uns bei QVC2. Sie kriegen hier schon so einen kleinen Einblick, was für wunderschöne, extravagante Designermöbel wir Ihnen in dieser Sendung anbieten. Tommy M. bei Thomas Machalke designt, sind die Möbel und sie sind sehr individuell. Das heißt, Sie bestimmen, wie soll meine Couch aussehen. Möchte ich gerne die Couch in Leder haben oder aber sagen Sie, nee, ich bin eher der Stofftyp und ich möchte lieber in Stoff haben. Auch das können Sie bestimmen. Sogar die Größe können Sie bestimmen. Dann können Sie sagen, ich hätte gern dazu noch den Hocker oder ich möchte keinen Hocker dazu haben, den man auch als Tisch verwenden kann. All das ist möglich bis hin zu dem tollen Sessel und auch bei dem Sessel können Sie wählen, möchte ich lieber Leder, möchte ich lieber Stoff haben. Und ich nehme Sie gerne einmal noch mal mit mir mit, denn hier hinten, sehen Sie mal, wir haben natürlich ganz, ganz viele verschiedene Farbmöglichkeiten, sowohl bei den Stoffen als auch beim Leder. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf den Designer höchstpersönlich, dann möchte ich Ihnen gerne Thomas Machalke vorstellen. Ich freue mich, dass er an meiner Seite ist. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Ihm haben wir diese tollen Möbel zu verdanken und im Grunde genommen sogar Ihrer Kindheit, weil Sie sind ja mit Leder aufgewachsen, im Familienunternehmen und auf der ganzen Welt unterwegs, um die ausgefallensten, schönsten Ledersorten hier für unsere Kollektion. Zeigen wir Ihnen gerade den Relax-Sessel unten einmal eingeblendet. Wir haben ihn leider hier nicht vor Ort, aber Sie können einfach nachfragen. Und jetzt gehen wir noch einmal rüber zur Leder-Couch. Die 3,5-Sitzer-Couch, gucken wir uns noch mal an. Wie wird eigentlich bei Tommy M. gearbeitet? Wie entsteht so eine Leder-Couch? Sehr, sehr gerne erklären. Und da sehen Sie es auch noch einmal. Die Mappe, die ich in der Hand habe, die hat was damit zu tun. Cool, das ist geradlinig vom Design her und vom haptischen her. Wenn Sie das Leder allein schon... ...deutsche Handwerkskunst, die hier mit diesem Sofa zu Ihnen nach Hause kommt. 100% made in Germany. Handfertigung, Unikat. Jedes einzelne Sofa wird nur nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gefertigt. Das ist genial. Da es für Sie gefertigt wird, können Sie halt eben auch noch gewisse Wünsche ansprechen. Und so werden die umsetzbar sind, wird das auf jeden Fall für Sie auch möglich gemacht. Das ist genau die richtige Lounge-Couch für Sie, die Sie jung geblieben sind, die einen Anspruch an Design haben. Einen Anspruch an Qualität haben. Wenn Sie sagen, ich möchte Leder haben, ich möchte aber kein lackiertes Leder haben. Ich möchte kein kühles Leder haben. Ich möchte gerne ein Leder haben, was sich genauso warm und weich anfühlt, als wenn es ein Stoffsofa wäre. Aber unglaublich robust soll es sein. Es soll eine Couch sein, die ein ganzes Leben lang mich begleiten kann und einfach mit der Zeit immer, immer schöner wird. Und wenn Sie sagen, mein Wohnzimmer ist mein Showroom, wenn Besuch kommt, dann sitzen wir auf der Couch im Sessel. Ich habe einen stylischen Couchtisch. Ich reserviere gerne auch mal einen guten Wein. Und ich liebe es, gesellig zu sein. Da bin ich überzeugt davon, dass Tommy M. Möbel, Sie ansprechen, dass das genau die richtigen Möbel sind für Sie. Und für den Fall, dass Sie jetzt sagen, Natur ist nichts für mich, weil dieser Naturton besonders schön ist, weil wir hier ein besonderes Verfahren angewendet haben. Ich sage schon, wir. Ich habe da gar nichts zu tun. Aber es ist herausragend, es ist besonders, weil vor oben geweist, entspannte Stunden zu Hause. Das ist doch die wertvollste Zeit letztendlich, die wir haben, unsere Freizeit. Und die wollen wir uns doch so schön wie nur irgend möglich gestalten. Und bei mir ist es so, mein Herz muss lachen, wenn ich nach Hause komme. Ich muss mich wohlfühlen. Ich muss reinschauen in mein Wohnzimmer und muss sagen, hier, das ist genau das, wie ich gerne leben möchte. Und wenn Sie wissen wollen, nochmal, wie kann ich hier idealerweise... Diese Couch hat schon eben Begeisterungsstürme bei unserer Maskenbildnerin hervorgerufen, die sofort sich draufgeschmissen hat und sofort gesagt hat, wow, die ist toll. Herrlich, auch von der Farbe her. Extremst gute Stoffe haben wir und vor allen Dingen auch robuste Stoffe. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt unverschämt, ich setze mich mal hin, weil dann sehen Sie auch gleich, dass die etwas tiefer ist als wahrscheinlich die Couch, die Sie zu Hause haben. Vorweg einmal die Artikelnummer, dreimal die 7556. Und wenn Sie jetzt unterschiedliche Preise sehen, so liegt es daran, der niedrigste Preis bezieht sich auf den Hocker, den wir hier vorne haben, in Stoff. Das ist dann der niedrigste Preis. Der zweitniedrigste Preis wäre dann der Hocker in Leder. Dann haben wir hier die Couch. Die können Sie sich überlegen, möchte ich die einmal in Stoff, möchte ich die in Leder haben, möchte ich die als drei oder als dreieinhalb Sitzer haben. So viel erst einmal an Information für Sie vorweg. Weil jedes Möbelstück wird individuell für Sie angefertigt, nach Ihren Wünschen, nach Ihren Anforderungen, so wie es beim besten bei Ihnen vielleicht im Wohnzimmer dann ausschaut. Und die Couch zum Beispiel hat hinten natürlich auch eine richtige Rückwand und nicht irgendwie so ein komisches Stöffchen. Nein. Ich hatte eben meinen Sot selber unterbrochen, als ich anfing, dass die wahrscheinlich etwas tiefer ist als die Couch, die wir so zu Hause haben. Das ist so zum Lümmeln, zum Liegen. Wie umschreibt man das? Fühlen. Purer Luxus kommt da zu Ihnen nach Hause. Das ist ein Lounge-Sofa, was wirklich einen Hauf von Exklusivität mitbringt. Und das handgemachter Luxus für entspannte Stunden zu Hause. Das muss jetzt noch nicht genau die endgültige Farbe sein, die Sie bekommen. Aber im Grunde können Sie wählen. Anthrazit, Natur, das ist die Farbe, auf der wir jetzt gerade hier sitzen. Dann haben wir Dunkelblau, wir haben Oliv, dann Ochsenblut, Rot, Pine können wir Ihnen anbieten. Also Pinienfarben und Ten. Das ist so ein leichter Ockerton, würde ich jetzt mal so sagen dazu. Das ist die Farbrange, die wir Ihnen nebenbei erwähnt. In Deutschland. Und jetzt kommt das Allergrandioseste. Sie müssen sich jetzt nicht stressen. Jetzt soll ich hier entscheiden, sind die so oder so oder so? Ich fühle mich überfordert. Könnte ich auch nicht, wenn ich Sie wäre. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Gutschein für Sie. Ich zeige Ihnen gerne auch mal, wie das Ganze dann aussieht. Und so kommt eine Mappe dann zu Ihnen nach Hause. Vorne ist erstmal eine kleine Erklärung. Von unter anderem kriegen Sie erstmal so eine Übersicht von den unterschiedlichen Farben. Das ist erstmal ein grober Überblick. Wenn Sie sich jetzt sagen, ja, ich will Leder unbedingt und ich möchte diese Farbe haben, dann wird nochmal bei Thomas in der Firma angerufen, beim Herrn Machalke. Und dann werden Sie sagen, ich möchte meinetwegen Dunkelblau haben. Dann schickt man Ihnen nochmal Dunkelblau zu von Ihrer Couch, damit Sie dann genau wissen, das ist genau der Blauton, der dann zu mir nach Hause kommt, weil es ist Natur. Da kann es leichte Abweichungen geben. Und wir möchten auf Nummer sicher gehen, dass Sie nachher einfach nur glücklich und zufrieden sind, stolz sind, sich wohlfühlen und einfach wissen, ich habe den besten erdenklichen Kauf getätigt. Weil das ist das, was wir alle wollen, wenn wir Geld ausgeben, wir wollen das Beste für unser anbieten können. Das Fußhöckerchen in Stoff. Und wir treffen uns jetzt nochmal mit unseren Sesseln hier in der Mitte. Ups, ich habe den Teppich mitgenommen. Wenn Sie mit Ihrem auch nochmal kommen, dann könnten wir Ihnen nämlich noch einmal den Bestellvorgang auch setzen. Der zweithöchste Preis auf das Fußhöckerchen dann in Leder. Der nächst niedrigere Preis bezieht sich hier auf unsere Couch-Dreisitzer in Stoffausführung. Der nächst höhere Preis wäre dann 2.700 Euro. Wir wollen natürlich jetzt noch einmal einen Blick werfen auf unsere Designsofa, unser Lounge-Sofa. Und Sie können passend zum Lounge-Sofa auf jeden Fall auch sich hier den Beinhocker, so nenne ich es jetzt einfach mal, gönnen. Können Sie aber auch als Tisch verwenden, wenn Sie gerne möchten. Tablett draufstellen, alles ist hier möglich. Schuhe an, das geht jetzt nicht. Aber wir könnten... Das macht gar nichts. Also wie gesagt, der Stoff ist ja sehr... Ehrlich? Der hält ja sehr viel aus. Wenn Sie das sagen, das würde ich ja sonst nicht tun. Normal würde ich zu Hause auch keine Schuhe anhaben. Euro. Wenn Sie jetzt sagen, ich... Kann man sich so gegenüber sitzen, abends mit seinem Partner klönen, Weinchen trinken. Alles ist möglich, weil Sie können diese Kissen... Ich möchte ganz sehr gerne... Das ist ein Sofa fürs Leben. Egal, ob Sie sich jetzt die Stoffausführung oder die Lederausführung gönnen, das ist ja immer jedem selber überlassen, was Sie finden, was am besten in Ihr Interieur passt oder was Sie einfach lieben und mögen. Für wen würden Sie jetzt was sehen? Wie würden Sie sagen, für wen wäre jetzt hier zum Beispiel unser Lounge-Sofa genau das Richtige? Oder Sie sind jung geblieben. Oder Sie sind diese Ausführung, den Dreisitzer gerne haben in Leder. Da drüben haben wir jetzt noch den Dreieinhalb-Sitzer und den gibt es dann ab 3.099 Euro. Wie wir Sie jetzt hier sehen, ist es der Dreieinhalb-Sitzer in Leder. Wir können gerne noch mal rübergehen zu der Stoffvariante. Die Stoffvariante haben wir jetzt als Dreisitzer, so wie sie jetzt hier steht, 20 Zentimeter kürzer und die haben wir auch in verschiedenen Farben. Und die zeige ich Ihnen gerne auch nochmal, weil wir können aber auch sehr ruhig in Creme beispielsweise Ihnen die anbieten. Dann haben wir hier Anthrazit, auch eine ganz klassische Farbe, Espresso. Natürlich toll, wenn Sie gerne mit Gold und so auch dekorieren. Und apropos Gold. Und so ein Königsrot, möchte ich mal sagen, ist dieses Bordeaux. Sieht so edel, so schick aus. Und auch so dieser Lichtschimmer, wenn der dann so drüber huscht, das ist einfach das Besondere. Mal ein bisschen Geduld, aber das nenne ich nicht Geduld haben, das nenne ich Vorfreude. Denn so eine Couch, da freut man sich auch wirklich aus tiefstem Herzen drauf. Es ist sowas Besonderes und es ist ein Highlight, es ist ein Highlight, was gönnen Sie sich definitiv nicht jeden Tag. Also ich zumindest nicht. Schöne, extravagante Designs. Die Kissen, die kann man in Niedriger kippen, die kann man steiler setzen, je nachdem, ob Sie lesen wollen. Die sind auch schön hart und fest. Und damit meine ich, man kennt das ja, sonst so Kissen, die dann so hinter einem zusammensucken und man immer dann anfängt, die Kissen wieder auszupolzeln. Das habe ich hier überhaupt nicht. Also auch daran merke ich, super Qualität. Ich kann die Kissen umstecken. Wollen Sie das nochmal zeigen? Ich zeige es nochmal, ja. Und zwar beide. Beide Kissen können wir umstecken. Könnten wir hingehen und sagen, nee, ich will nicht frontal haben, sondern ich möchte jetzt ganz gerne meine Beine lang machen. Ist das toll? Ist das toll? So, super extravagant, top durchdacht, stylischer Luxus für Ihr Wohnzimmer oder von mir aus auch für Ihr Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, wo die Couch am Ende bei Ihnen steht. Aber eine Frage werden Sie sich wahrscheinlich noch stellen. Sie werden wahrscheinlich von Thomas jetzt gerne noch einmal die genauen Maße wissen wollen. Und dem kommen wir nach dem Wunsch. Absolut individuell, top Design. Und Sie kriegen ein Luxussofa der Extraklasse, was nur Sie besitzen. Das kann niemand anderes in derselben Ausführung überhaupt haben wie Sie. Dreimal die 7, 5, 5, 6 die Artikelnummer. Und unter Tommy M. finden Sie noch mehr Möbelstücke, auch via Internet. Unter www.qvc.de ist das selbstverständlich dann auch möglich. Vielleicht interessieren Sie sich noch für ein Beispiel.